Die Firma Prestige gehört zum Jeannot Konzern, somit Teil der Benetou Group, dem größten Hersteller für Serienjachten der Welt. Und wir bauen Jachten von 42 bis 68 Fuß. Die Prestige 520 ist die derzeit erfolgreichste Motorjacht im Bereich bis 55 Fuß. Wir sprechen hier über 15,80 Meter Schiffslänge mit Platz für 6 Personen. Und wenn Sie möchten, gehen wir einmal kurz an Bord. Hier im Salon der Prestige 520 möchte ich gleich auf zwei Highlights hinweisen. Zwei typische DNA-Bestandteile von Prestige. Zum einen sehen Sie diesen 360 Grad Panoramablick. Unsere Jachten werden tatsächlich um diesen Blick herum designt, sodass egal wo Sie sich im Salon aufhalten, immer den Blick nach draußen genießen können. Ein weiteres Typikum für die Prestige sind die zwei Niedergänge. Sie haben also im Vorschiff einen Niedergang, der führt in den Gästebereich, wo vier Personen Platz finden, in zwei Kabinen. Der Eigner indes freut sich über seinen ganz eigenen Niedergang. Der führt wiederum in die Masterkabine. Die geht über die komplette Schiffsbreite und ist der ruhigste und angenehmste Aufenthaltsort an Bord. Hier auf der Flybridge der 520 haben wir einen weiteren sehr schönen Lebensraum, der sich unterschließt. Einmal natürlich der Fahrstand, um das Schiff auch von hier oben zu steuern. Direkt daneben die Sonnenliegenfläche mit Blick nach vorne. Auf der achterlichen Seite der Flybridge dann viel Platz, um mit Familie und Freunden zusammen zu sitzen. Und hier noch der Pantryblock, dass Sie auch nicht für jedes Getränk und Ihre gegrillten Meeresfrüchte immer in die Küche gehen müssen, sondern das hier oben vorbereiten können. Wenn Sie das Schiff so ausstatten, wie wir es gemeinhin tun für das Mittelmeer, das heißt Sie haben eine absenkbare Badeplattform, Sie haben eine hydraulische Passerelle, Sie haben eine Klimaanlage, Sie haben einen Generator, Sie haben natürlich Audio-, Fernseh-, Entertainment-System. Wenn Sie alle diese Dinge nehmen, was die meisten tun, landen Sie am Ende bei einem Preis von ungefähr 1,1 Millionen Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wurde Ihnen präsentiert von... Die Joyeaux. Mein Pool.